So, hallo, Tag zusammen. Da bin ich wieder mal. Ein neues Video. Heute gibt es was leckeres und zwar konfierte Ente, also konfierte Entenkeule. Konfieren ist ja eigentlich richtig viel Fett, also viel Öl oder man nimmt halt bei Entenkeulen natürlich Entenfett. Man kann auch Gänsefett nehmen, aber ich habe das hier mal auf einem anderen Video gesehen mit einem Schuss Wasser. Aber die Entenkeulen enthalten sowieso so viel Fett, da kommt eine ganze Menge raus und das klappt so fantastisch. Also hier, ich habe jetzt vier Entenkeulen, ein bisschen gesalzen, gepfeffert, Knoblauchzehen habe ich gut dran gemacht. Da wird das Ganze hier so ein bisschen durchgejiggelt. Ja, und dann kommt die ganze Show so mit Deckel im Backofen. Insgesamt vier Stunden bei 130 Grad Umluft mache ich hier. Backofen kennt ihr alle schon, sieht lecker aus. Irgendwann mache ich mal, vielleicht mal ein Unboxing-Video von Entenkeulen oder von einem neuen Backofen. Ja, also, nach zwei Stunden, Hälfte ist vorbei, wie gesagt 130 Grad Ober- und Unterhitze, sehen die Keulen so aus. Ja, erstmal ganz gut, wir sind auf dem Weg. Man sieht schon, da ist einiges an Fleischhaft rausgelaufen und die Knoblauchzehen in der Mitte, die schwimmt ja ganz schön. Ja, jetzt werden die Keulen umgedreht, damit die, keine Ahnung, damit die jetzt weiter garen können. Einfach dann auch von unten nochmal ein bisschen Geschmack und Fett da dran kommt, das Öl besser, das Fett besser ausläuft. Keine Ahnung, mache ich so, funktioniert wunderbar. Ich habe Entenkeulen so nach dieser Methode schon oft gemacht, eigentlich immer so zur Herbst-Winterzeit. Bei uns ist es jetzt oft so zu Weihnachten. Ach, da habe ich noch einen schönen Witz, pass mal auf. Und zwar hat sich meine Nichte letztens, hat sich Pony gewünscht zu Weihnachten. Eigentlich machen wir mal Ente, aber Pony ist mal was anderes. So, dann nach vier Stunden sehen die Keulen so aus. Man kann sie natürlich auch schon essen, aber der Clou kommt ja noch. Ja, man sieht jetzt, es ist richtig viel an Fett, an Fleischhaft ausgelaufen und die Entenkeulen sind jetzt richtig weich. Man kann natürlich jetzt mit einer Messerspitze mal so reinpixen und das mal checken, aber die sind auf jeden Fall weich. Und ich kann schon hier am Knochen fühlen, hier ist es wunderbar weich. Ah, das wird herrlich. So, die hole ich dann hier raus und lasse die abkühlen. Und wenn die so ein bisschen abgekühlt sind und man die gut mit der Hand anfassen kann, dann gehe ich hier so ein bisschen ran an den Oberschenkelknochen, biege den so ein bisschen hin und her, ein bisschen drehen. Und dann macht es gleich mal kurz Knack. Ja, und dann könnt ihr den Knochen hier ganz gut rausziehen. Man zieht oft noch so ein bisschen Fleisch mit ab, aber das kann man einfach so dann da reinstopfen in die Lücke. Ja, und so hat man natürlich jetzt nur noch den Unterschenkelknochen da drin. Der kann weg, der Knochen hier. Man kann den natürlich jetzt weiter zum Soße auskochen verwenden, aber was soll's. Hier nochmal ein bisschen drehen. Irgendwann macht es da ein bisschen Knack und dann könnt ihr den wunderbar da rausziehen, den Knochen. Hier sieht man, Fleisch ist weich, da kommt schon ein bisschen was raus. Aber die Stücke, die nimmt man einfach so rein hier, zack, reinquetschen und fertig. Ja, man könnte die jetzt auch noch ein bisschen abbinden hier, aber, oder ein bisschen zurechtschneiden, aber wunderbar. Ja, hier am besten ein schön schmales Gefäß. Hier kommt die ganze Flüssigkeit rein. Die Knochen zählen natürlich raus. Und dann nehme ich hier mit so einer Soßenkelle dann vorsichtig das Fett abschöpfen. Und das gieße ich dann hier so beiseite. Ja, das Fett kann man natürlich auch aufbewahren, aber mir geht es erstmal um die Flüssigkeit, die ich habe. Da möchte ich jetzt gerne so für uns noch eine Soße rauskochen. Und, ja, so sieht das dann aus, wenn das ganze Fett so weit wie es geht davon entfernt ist. Man hat dann hier einen wunderbar leckeren Fleischsaft. Wird nochmal alles durchgefiltert, durchgesiebt und dann aufgekocht. Ja, das ist unser Weihnachtsessen. Ich mache das hier schön mit Orange. Man kann jetzt auch noch vielleicht ein Sternernies, Zimt, ein bisschen Nelke, Lorbeer nochmal wie reintun. Und das so ein bisschen mitköcheln lassen, damit es noch ein bisschen Geschmack abgibt. Und das ein bisschen reduzieren, einkochen mit Stärke so vorsichtig nach und nach mit Mondamin. Ja, nochmal aufkochen, um die Soße zu binden. Mondamin dickt das dann ein bisschen ab und gibt auch einen schönen Glanz. Und dann nochmal schön aufkochen. Da habt ihr ein lecker Söschen dabei. Ja, sieht gut aus. Einmal kurz nochmal Löffel durch. So, wo ist es? Wo ist es? Ja, sieht gut aus. Ah, wir hatten das früher erst nochmal in Frankreich, da kann man so Dosen kaufen, Confit de Canard. Da sind dann die Dosen richtig in Fett drin, mega lecker. Das macht man einfach warm oder frittiert das. Ich glaube, in Frankreich, da essen die die Haut auch so glipschig. Aber ich nehme einfach hier die Pfanne, die ich vorher mit im Ofen hatte. Da lege ich jetzt schön zwei Keulen rein und dann kommen die unter den Grill. Schön volle Pulle, schön knalle heiß. So wie sie sind. Zack, da rein. In der Zwischenzeit habe ich natürlich andere Sachen noch gemacht, noch einen Salat, wie natürlich so oft. Ah, hier, ah, sieht gut aus. Und wie gesagt, der Oberschenkelknochen ist weg. So kann man wunderbar essen. Das ist einfach die Keule, ist einfach viel leckerer, viel zarter vom Fleisch. Kann ich nur jedem empfehlen. Lieber Keule neben als Brust. Ich habe zwar hier auf dem Kanal auch schon was mit Hähnchenbrust gemacht, aber Keule ist einfach geiler. Dann habe ich hier ein schönes Kürbispüree mit Feldsalat, mit Orangendressing. Kommen so ein paar Orangenfilets dazu. Und dann kommt auch schon schön die Keule drauf. So. Also, war echt lecker. Man hat echt wirklich viel viel Fleisch. Hier kommt auch die Soße dran. Ja, die am besten nicht auf die Haut schütten, wäre zu schade. Macht man sich die schöne Kürbispüree auch kaputt. Teller am besten schön vorwärmen, damit die Soße nicht direkt abkühlt. Wunderbar, fantastisch. Also, kocht es nach. Ist geil. Hier nochmal ein Foto. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald. Euer Paul.